Die Kreditkarte. Es gibt verschiedene Arten von Kreditkarten. Wenn man zum Beispiel Einsteiger ist, dann bietet sich die Prepaid-Kreditkarte an. Da überweist man einfach Geld drauf und kann das dann ausgeben. Das heißt zum Beispiel für Online-Shopping oder auch für Minderjährige ist die super, weil man nicht so schnell in eine Schuldenfalle gerät. Die Standard-Kreditkarte funktioniert so, dass man mit der Karte einfach bezahlt und einmal im Monat wird das Geld abgebucht. Man kann online natürlich auch jederzeit einsehen, wie viel Geld man ausgegeben hat. Es gibt auch noch die Möglichkeit der Goldenen Kreditkarte. Die beinhaltet dann unter anderem verschiedene Versicherungen. Wenn ich viel reise, gibt es da zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung drin. Aber ihr müsst selbst gucken, welche Karte für euch am besten geeignet ist.